Der Herr Pfarrer und die charmante Familientherapeutin. Erst küsst du mich und dann schmeißt du mich raus, ohne vorher ein Wort mit mir zu wechseln. Du hast schon auch zurückgeküsst. Ein großartiges Paar. Ja, wir sind schon ein gutes Team. Vier folgen Tonio und Julia am Stück. Ja. 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 Das wird ein himmlischer Pfingstmontag. Gelobter Jesus Christus. Die Nehmlichkeit, Amen.